Marketing ist eigentlich das Einfachste. Schöne Heuschrecke am Spieß? Ja, würde ich probieren, definitiv. Aber dafür mag ich gar keinen Pudding und keine Schokolade pur. Würde ich probieren, Tom. Ich mag Schoki nur pur. Ich mag die nicht als Eis oder Pudding. Solange das Fleisch nicht mehr lebt, probiere ich es. Pitychen Bobas hat gesagt, er probiert alles. Ja, ich probiere alles. Ich kann euch ja mal erzählen, was ich auf den Philippinen schon gegessen habe, wenn ihr das wissen wollt. So, nächste Bewerbung. Da wird es wahrscheinlich auch den ein oder anderen heben. Die Asiaten essen alles, ja. Die essen eh alles, ja. So, was bist denn du? Du bist eine Kasse. Okay, ich lass dich mal am Tisch liegen, Lennart. Bleib mal du am Tisch. So, da haben wir jemanden mit zu hohem Gehalt, aber einen Push auf Verkäufe. Ach komm, 99 ist doch super. Mir macht das nichts. Ich probiere es auch das, ich probiere auch das meiste. Pitychen, äh, Pitychen und Bobas aus. So, Helena, dich lass ich auch am Tisch liegen. Äh, ne, also Insekten würde ich auch nicht probieren wollen. Na, ich kann mir das sogar richtig knusprig vorstellen. So Heuschrecke am Spieß gebraten. Insekten soll ja sehr proteinhaltig sein, ja. Sicher, das ist gut, okay. Äh, doch solange sie nicht, äh, klippern und nicht leben, würde ich es probieren. Ich gucke es gleich, Leute. Bitte nicht. Oh, Verkäufe hier, grün, aber das ist wahrscheinlich erst einmal der nächste Level ab hier, ne. Ein bisschen mehr. Oh ja, sicher, das ist gut. Äh, Verkäufe hoch, ja. Ich lass dich auch einmal noch am Tisch liegen. Pity du das nicht. Das arme Essen. Dein armer PC. So, mir geht es jetzt hier mal um den Sonntag. Wir haben Sonntag hier am Arbeiten. Eine Kasse, einen Ausräumer. Wir haben zwei Verkäufer. Eigentlich ist der Sonntag hier fit. Wir können hier tatsächlich sagen, wir verlassen den Shop und gehen in den anderen Shop rein. Ich baller hier nochmal eine Werbung raus. Eine A3 für alles. Wir machen Männershorts, Männerhosen und natürlich Männerschuhe. Und hier machen wir auch alle Kategorien. Rentner. Studente. Öko. Arbeiter. So, dann haben wir nämlich hier erst einmal. Ich denke, da kann ich in zwei Wochen wieder reinschauen in den Shop. Der läuft jetzt erst einmal. So, das Ganze mache ich auch zwei Tage. So, das sollte gut passen. Und wir machen Modeland. Ich habe hier auch einen Mülleimer zu stehen. Aber trotzdem, das arme Essen, das hat auch Geld gekostet. Ich esse doch erst gleich. Restsalat und Käse, Schinkengriller von gestern. Wir sind schon ein verrückter Haufen. Okay, dann lass dich nicht abhalten. Hat das Spiel eigentlich Multiplayer oder Crossplay? Ne, leider nicht. Leider nicht. Crossplay kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ne, ich glaube nicht. Ne. Dieses Remote Play Together hat es jetzt zum Beispiel nicht. Was bitte ist Crossplay? Im Grunde ist Crossplay, wenn ich das richtig verstanden habe, etwas, das du spielen kannst mit jemand anderem, aber der dann im Grunde nur die Steuerung übernehmen kann. Aber nicht selber. Also das gibt es ja zum Beispiel auch auf Steam. Da gibt es manche dieses Remote Play Together. Danke, Pity, wollte ich auch gerade fragen. Wenn es keinen Multiplayer gibt, dann kann es nicht Crossplay haben. Ah, okay. Aber es gibt ja dieses Remote Play Together, wo man dann wirklich ein Spiel hat und dann kann man sagen, okay, der andere kann quasi auch mit eingreifen. Du kannst, äh, teilst dir im Grunde eine Spielfigur. Spielfigur. Kann auch lustig sein. So, wir verlassen den Laden. Tschüss, Laden. Auf nimmerwiedersehen. Vielleicht gibt es hier noch einen Punkt oder zwei. Fast. Hochgeschnellt wie sonst was und voll die Bremse reingehauen. Aber gut, wir haben jetzt halt 24, 23 Punkte. Oh, 30 Punkte schon. 30 Punkte haben wir schon verfügbar. Holla die Waldfee. So, wir gehen zur Stadt. Und wir schauen in unseren Laden rein. Vor elf Tagen waren wir das letzte Mal da. Jetzt gehen wir mal ganz kurz noch in den Konzern. Also dann Spielfiguren mit multipler Persönlichkeit. So. Wir haben acht. Oh, warte mal. Ganz kurz. Wir schauen mal nach oben. Oh, ich bin schon lange nicht mehr Aufzug gefahren. Ja, ist so viel angenehmer. Wir haben ja hier 30 Punkte. Aber da Aiden jetzt ja gerade nicht da ist und ich ein bisschen Bedenken habe, dass der hier 1000 Punkte eingesetzt hat für ein... Wenn ich du wäre, lasse ich das jetzt mal. Wir haben in dem Laden, wo wir jetzt reingehen, 34.000. Nicht schlecht, ne? Also da läuft es richtig gut, muss ich sagen. Und hier geschätzter Tagesumsatz 4.900. Also ich denke mal, der andere Laden, der wird laufen. Passt. cross-play ist, wenn zum Beispiel einer das Spiel auf PC hat und der andere auf Konsole, aber beide können in Multiplayer zusammenspielen. Ne, das hat es dann nicht... Nein, da wollte ich auch nicht hin. Da wollte ich hin. So. Und zwar, wir haben doch einige Bewerbungen hier liegen. Mit richtig netten Bildern. So, wir haben ja auch jemanden hergeschickt. Also ich glaube, das ist Matthias Lehmann und eben die Ann-Kathrin Gläser, weil die anderen haben ja gar nichts. Es sind dann die zwei, die wir hier hergeschickt haben, ne? So, schauen wir mal. Ich wollte... Guck mal, was macht denn der Verkaufsleiter nochmal? Marketing ist klar, ist für Werbung. Bereichsleiter, Verkaufsleiter, das müsste doch eigentlich dann für Angestellte sein. Das Spiel gibt es doch eh nur auf PC, oder? Ja. Also aktuell gibt es nur auf PC. Ich weiß nicht, ob das irgendwie umsetzbar ist auf Konzone. Konzernleiter. Die können... Die können ja auch gar nichts, ne? Ein Jumpscare von Patrick. War der Bereichsleiter derjenige, der sich auch um die Mitarbeiter kümmert? Also um die Manager und sowas, dass die besser werden? Kann das sein? Hier noch Mitarbeiter. Tagesmanager. Aber das ist ja doof. Die sind ja alle... Die können ja alle nichts. Das ist doof. Da warte ich noch. Mit der Einstellung. Da warte ich. So, wir gehen jetzt einmal in den Laden hier rein. Schauen wir mal, wie es läuft. Wenn ein Kunde verärgert geht, wird das ihrem Ruf schaden. Sehr interessant. Der Jumpscare wirkt, glaube ich, bei mir am meisten, wenn ich irgendwie sehr konzentriert auf irgendwas bin oder so Sneak-Spiele oder sowas. Da kann es... Da kann es heftig werden mit Jumpscare. So, gucken wir mal. Wenn wir den Laden umgestalten. Aber es sind ja noch ein paar Sachen, die fehlen. Voll überwiegend Punkte. Da bin ich nicht sicher, ob das der eine oder andere mitbekommen hat. Von wegen, wie ich das jetzt hier handhabe. Bitte, ich habe letztens einen Spruch gehört. Ich finde... Ja, ich habe einen Dachschaden. Und der Sprich passt super dazu. Äh, je größer der Dachschaden, umso schöner der Blick zum Himmel. Bereichsleiter sollte auch für die Manager zuständig sein. Okay. Weil da überlege ich halt, ob ich da zumindest mal einen einstelle. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Dass die Manager ein bisschen... Was, drei Mitarbeiter heute krank? Wie? Wo ist meine Lieferung? Jawohl. Und so gefällt mir das schon mal besser. Hey, kannst du mir helfen? Und sind sie nämlich alle am Auspacken? Und dann kann das gar nicht passieren, dass die hier sechs Stunden brauchen. Es ist mir nämlich wirklich aufgefallen, wenn du diese großen Paletten-Dinger da stehen hast, dann kann da halt nur einer dran arbeiten, ne? Wie viele passen hier rein? 120. Und auf den großen 420. Und das dauert halt dann Ewigkeiten, ne? Mein gut, die gehen trotzdem immer wieder mal weg von der Palette. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, warum die das machen. Irgendwie wechseln die sich ab oder keine Ahnung. So, du machst jetzt mal Auffüller hier. Es reicht, wenn da fünf Leute drin sind. Eigentlich müssten hier zehn Leute da sein, die auffüllen, schon in der Früh. So, und ein Vorschlag kam, dass ich den Pausenraum hier direkt am Lager hin machen soll, weil dann nämlich die schneller sind mit dem Auspacken. Aber ich denke mir auch, selbst wenn ich den Pausenraum hier habe, dann ist das vielleicht zeitmäßig hier eine Viertel bis halbe Stunde, was das vielleicht schneller geht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, ob das was bringt. Weil jetzt ist 12 Uhr, ne? Die kommen jetzt aus der Pause zurück. Aber man sieht ja hier, ne? Die haben das wesentlich schneller ausgepackt, als mit den sechs bis sieben Stunden, wenn es nur eine Palette ist. Der Lieferant ist gar nicht blöd. Ich habe Urlaube und muss morgen auch um fünf raus, weil ich zum Arzt muss. Aber ich habe das bewusst so an den Anfang gelegt. Dann ist Ruhe. Oh je, du tust mir... Tust dir ja echt Sachen an, Piddychen. Ja, wenn ich arbeite, kann ich so früh nicht zum Arzt fürs Blut, weil ich habe sechs Arbeite. Ja. Was machst du jetzt mit dem Bekladen? Ja, den lasse ich so. Da stelle ich jetzt halt nur noch einen einzigen Aufsteller hier hin und dann bestelle ich quasi von einem Artikel tausend Stück und der wird dann hier drin verkauft und immer wieder aufgefüllt. Nein, wir machen hier natürlich auch wieder einzelne Läden rein. In diesen großen. Allerdings müssen wir ja da dann erst einmal noch andere Sachen freischalten. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Bis der Tag rum ist. Die Gina schicke ich jetzt mal. Die hat ja gar nichts. Macht sie halt Begrüßer. Die ist anscheinend da, ohne dass sie irgendwas... Ach komm, geh heim. Was willst du hier? Marvin ist an der Kasse. Bei dem ist die Stimmung runter. Ach nee, nicht die Stimmung. Blau ist glaube ich Stimmung. Dominik Marvin. Bei meiner Ärztin kann das 10 zum Blutabnehmen. Hauptsache nüchtern. Ja, Karolinchen, da arbeite ich auch noch von 6 bis 12. Also ich lasse meinen Arzt immer... Also wenn es irgendwie darum geht, dass ich Blutabnahme habe, was ich ja auch alle 4 Wochen habe. Möglichst in der Früh. Die machen aber erst um 8.30 Uhr oder so auf. Und... Ich muss nicht nüchtern sein, zum Glück. Aber ich muss alle 4 Wochen hin. 4 bis 6 Wochen. Je nachdem, wie die Werte waren. Ne, die nehmen nur bis 8 ab. Echt, die nehmen nur bis 8 ab? War auch seltsam. Uff, das ist hart. Also stören tut es mich nicht mit dem Blutabnehmen. Mittlerweile nicht mehr. Das ist jetzt auch schon seit... Bestimmt 25 Jahren, dass ich das mache. Ja, du gehst besoffen zum Arzt. Ja, immer. Nur. Anders kann man das ja gar nicht bewerkstelligen. Ja, weil die Praxis regulär um 8 aufmacht und die Schwestern dann keine Zeit mehr haben. Das sieht man mal, ne? Hey, Marc. Servusle. Na, schaust du ein wenig in die leere Ecke? Ja, ich denke, dass ich hier zum Beispiel so ein schönes Laden-Eck mache. Da kann man hier so einen kleinen Weg hier rein machen. Hier einen Eingang in dem Bereich. Hier einen Eingang in dem Bereich. Da könnte man hier ein bisschen größer machen. Ja, mal schauen. Aber das Ganze eben einfach so Schritt für Schritt unterteilen. Gut, dass ich nicht zum Arzt gehe. Mein letzter Arztbesuch ist bestimmt drei Jahre her. Bei uns machen die auch um 8 auf. Ärzte sind um 9 da und bis 10 ist normal Blutabnahme. Aber wenn du nachfragst und sagst, bist du nüchtern, dann kannst du auch später zur Blutabnahme. Okay. Na, ich muss nicht nüchtern sein. Oh, du bist ja auch noch leer. Ja gut, hier haben wir... Bennet ist empört. Ach. Bennet. Dann verschwind. Also ich war auch schon mittags mal dort zum Blutabgeben. Weil bei mir müssen ja jetzt halt nicht irgendwelche bestimmten Tests gemacht werden. Und da geht es ja nur um die Flüssigkeit des Bluts. Also wie fließend es ist. Viele werden krank. Ich nicht. Ich erwische das immer nur am Wochenende und Sonntag ist alles wieder gut. Der Arzt ist ab 8 da und wenn der normale Praxisbetrieb losgeht, haben die keine Zeit mehr fürs Abnehmen. Warum ist er denn empört? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich zu wenig Geld, keinen freien Tag. Gestresst. Ich weiß es nicht. Mir ist es auch ehrlich gesagt zu doof immer mit den Leuten dann zu reden. Weil das eher, habe ich das Gefühl, kontraproduktiv ist. Und jetzt hier mit Theresa mal quatsche, reden. Das heißt halt immer das, ne? Produktivität, Stimmung. Ist ja in Ordnung. So, wenn ich jetzt halt das Gespräch so beginne, dann geht die Stimmung runter, Produktivität geht hoch. So, und dann habe ich hier auch Stimmung, nichts, Produktivität. Hier geht die Stimmung hoch und da geht die Produktivität runter. Kann negativen Effekt entfernen. Ich, das ist komisch. Unglücklich über lange Arbeitstage, ein Kollege verließ wütend den Laden. Ah, dann machen wir doch mal ein Gespräch. Hier. So, hat er eine tolle Unterhaltung. Soll es ruhig angehen lassen. Oh, meine Bestellung. Huh. Noch in der letzten Sekunde bestellt. Sortes left. Glaube ich. Aber ich werde jetzt dann sowieso Schluss machen. Aber das habt ihr ja eh schon geahnt. Ich wollte schon vor einer halben Stunde in etwa. Ich bin einfach viel zu platt. Ja, egal was du kannst. Ich stelle dich ein. Damit kann ich leben. Alles klar. Bleib liegen. 20 Euro. Wahnsinn. Die werden immer teurer. Ich bin mal gespannt, was bei den E-Mails jetzt dann ist. Sie machen es knapp, aber ich akzeptiere. Na, es geht doch. 13 Euro reichen doch auch. Aber ich lasse dich trotzdem auch noch am Tisch liegen. So, wir gucken mal bei den E-Mails. Es sind nur 5. Traktor, Pulling und Truckshow. Also, wir vermuten, dass das Bauer-Segment, die stellen wir in drei Tage. Okay, Bauer-Segment. Mark Ullmann fühlt sich krank. Bezug auf meinen Lohn. Also, Gina Albrecht, sicher nimmt ihr einen Tag frei. Und wir haben Simone Hauser. Jo, bis dann und schönen Sonntag noch. Wünsche ich dir auch, Tommy. Vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Wer war es jetzt? Tommy? Irgendwas? Wird abgelenkt gewesen. Simone Hauser. Wie komme ich auf Tommy? Simone Hauser. Simone, wo bist du? Simone Hauser, da ist er. Okay. 4. Juli. Von 10.81. Ups, nicht Add. Nein, nicht Add. Auf, keine Ahnung. Warte mal ab. Streams für morgen, beziehungsweise die Woche. Ja. Schönen Tag noch, Tommy. Ich glaube, für morgen habe ich sogar eingetragen. Pets. Also, Hausflipper. Oh, das wären genau 2 Euro. Wie schaut es aus? Ja, okay, damit kann ich leben. Wunderbar. Schönen Tag noch, Tommy. So, dann. Nein. Hier. So. Hier. Und. Da. so dann habe ich die nämlich schon mal eingetragen wunderbar für donnerstag trägst uns ein donnerstag 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 ach so dass es dieser feiertag ja können wir machen ab wie viel uhr 17 uhr ja 17 ok weil irgendwie soll ja der feiertag sein so dann haben wir fühlt sich krank bezug auf ok alle auswählen löschen weg damit bestellungen haben wir gemacht bewerbungen liegen am tisch und wir haben am nächsten tag donnerstag das heißt man kann noch ein bisschen durchziehen und ja also ich werde jetzt hat auch wieder die nächsten parts sie werden jetzt auch wieder aufgenommen werden ich halte mich allerdings hier so ein bisschen ein bisschen zurück was das angeht punkte werde ich nicht vergeben aber mal gucken was ich so alles mache aber auf jeden fall die nächsten drei vier fünf parts werden auf jeden fall wieder aufgenommen dass ihr da auch schon mal bescheid ist weil ich das ja immer im wechsel mach und wenn du zuschaust schreibt mir bitte in die kommentare ob ich jetzt seit für diese 1000 punkte lebensmittel freischalten soll wobei das absolut kontraproduktiv wäre sind einige sachen manchmal dabei die sehr kontraproduktiv sind vor allem bei bei seven days na gut aber ist egal ich bin jedenfalls super dankbar dass ihr alle mit dabei wart ich wünsche euch noch einen wunderschönen sonntag ich schaue jetzt aber auch erst mal ob ich jemanden reden kann muss ich nur mal hier auf twitch gucken hirnsturz ist online mit foundry und javelas spielecke mit mass effect danke für den stream und schönen tag noch dir hoch also entweder sagt ihr ich soll irgendwo hin streamen vielleicht habt ihr ihr auch einen vorschlag wo ich hin streamen hirnraden soll wäre auch ganz interessant an alle auch noch schönen tag noch danke dir auch dann machen wir keinen keinen raid ist auch in ordnung dann sag ich jetzt noch einmal winke winke tschüss tschüss tschau tschau bis zum nächsten mal und bis morgen wäre schön wenn ihr mit reinschaut bei haus flipper und insofern macht es gut bleibt gesund winke winke